Moin Leute, wir zocken mal wieder eine Runde Valorant und schauen mal, ob wir das noch können. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Also erwartet nicht zu viel. Ich bin natürlich auch direkt in Gewertetes reingegangen. Alles oder nix. Oh, wenigstens auch noch einen gekriegt. Immerhin. Okay. Okay, der war schlecht. Ach, oh Mann, von der Seite. Ich habe nur meinen Typen trampeln gehört. Schade. Na, wo saß er denn? Okay, okay. Oh, der ist mal reingelaufen. Sehr gut. Komm, das kann nicht sein, oder? Also, ich muss besser abhauen. Oh, kommt aus. Weiß platziert. Es gibt es nicht. Natürlich kommt die direkt auf mich zu, ne? Na, etwas zu spät. Nichts, die yellow from the egg. Okay. Nichts da. Die Knarre ist halt. Die Knarre ist halt. Okay, wie auch immer ich die getroffen habe, aber... Geht doch. Ah, gib es nicht. Wo gehe ich denn gucken? Spike, Spike platziert. Und Nummer zwei. Letzter lebender Verbündeter. Na, er sollte safen. Wasser steigt. Hey, ich bin echt angepistet. Tio. Jetzt hat er sich gedacht, dass er vier Mann platt macht. Letzter lebender Verbündeter. Keine Ladung übrig. Blendung. Ach komm, Mann. Was mache ich denn? Lasst euch nicht abhängen. Was lasse ich mich denn da echt noch abknallen? Wie in jedem anderen Spiel. Schmeißt du die Granate, bist du tot, ne? Der war halt völlig drauf, ne? Passt leer. Trampeln auf, wie es sonst wird. Okay, immerhin. Nö, irgendjemand. Und scheint nicht. Hält keiner für nötig. Warum schieße ich denn drüber? Ich habe ihn nicht einmal getroffen, Mann. Ich bin sehr eingerostet, glaube ich. Na gut, ich glaube, das letzte Mal habe ich gespielt, als das Video auf dem Kanal war. Oh, immerhin, 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 immerhin. Ich bin sehr eingerostet. Und bereit. Ja. Zieh doch mal die Spendierrouten an. Die wird halt nicht, ne? Meine Fresse, ne? Ich hab den nur 40, ne? Also das... Nice. Hör mal hin. Gucken wir mal, ob wir vielleicht besser im Angriff sind. Wobei wir wahrscheinlich jetzt voll weggemacht werden. Ach, komm schon, was ist los? Ach, Mann ey. Ein Hit, wow. Ich treffe auch nix, ne? Ja, die trampeln auch alle so, ne? Natürlich trifft die mich wieder durch die Wand, ne? Ich hab den 2. Aus dem Weg! Jetzt wird's heiß! Geht doch! Oh! Oh! Komm schon! Komm schon! Oh! Oh! Es ist nicht! Es wird heiß! Ausgeknipsed! Bleib platziert! Ein Gegner übrig! Mein Old ist bereit! Okay, sehr gut. GG, guys. Nice, nice, nice. Okay, sehr gut. Uff Sehr gut. Ach, komm schon. Okay, immerhin. Oh, sehr gut. Schade. Schade, schade, schade. Das wär so gut gewesen. Jetzt ist bereit. Jetzt wird's heiß. Oh, komm schon los. Mach Platz. Kann ich nicht benutzen. Just play time. GG guy. Also ich würde besser abhauen. Gegner bei B gesichtet. Gegner bei B. Das gibt es nicht. Jo, wichtig. Schade. Letzter Leben der Verbündete. Das ist schlecht. Ihr seid hilflos. Schade herunter. Go, go, aber. Schade. Wir haben doch Zeit. Ich bin grad. Ich beseit. Ich bin grad. Ich bin grad. Ich bin grad. Spike in A. Ach, boah. ich habe vergessen mein feuer geht ja nicht durch die wand so ein pech oder gut wir sind ja wieder reingekommen aber zu spät zu spät noch sind wir ungewertet könnt ihr gerne in die kommentare schreiben ob ihr wieder mehr valorant sehen wollt oder nicht ab und zu werde ich es auf jeden fall noch mal zocken und dann mal gucken aber ja zwischendurch mal muss ich ja nicht täglich bringen aber dann sehen wir das mal ab und an noch mal auf dem kanal bedanke ich mich fürs zusehen wer bis hierhin geguckt hat kann gerne ein like und ein abo da lassen und ich wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal